Es ist ein Standard oder ein Konter, dass wir gut begonnen haben und Möglichkeiten hatten, aber noch kein Tor erzielen konnten. Wir haben ein Schuss gemacht und haben viele Forts gemacht und wir haben viele Forts gemacht. Es ist wichtig für uns, dass wir die Gedeut zeigen. Ich habe schon darüber gesprochen, dass wir die Gedeutung bleiben müssen, dass wir nicht nervös werden können. Es war wichtig, dass wir die Gedeutung zeigen. Wir brauchen die Gedeutung wie diese Gedeutung und dass du nicht mehr erinnertest. Das war das Wort, das ich gesagt habe, für meine Gedeutung. Ich habe mit ihnen gesagt, dass wir die Gedeutung haben, das Gedeutung haben. Ich habe die Gedeutung noch immer gesagt, dass wir das beide drumherum spielen müssen, dass wir die Gedeutung auch zurückzuziehen müssen, dass wir noch nach vorne prom saben müssen, dass wir den Raum in der Tiefel verletzen müssen. Und ich habe gesagt, mit der Gedeutung zwischen den Schriften sí, ich weiß das auch, ich sage das auch. Und wir haben keine Rede, dass wir das auch nicht weitergehen haben. Wir wollen die Gedeutung haben, wir wollen erinnern, wir wollen es gemeinsam machen. Wir haben den 2-2-3-4-4 geschlossen. Wir haben die 2-2-2-2-3-4 geschlossen. Wir haben die 2-2-2-2-2-2-3-2 geschlossen. Wir haben die 2-2-2-2-2-2-2, die wir mit dem Ball haben. Wir haben die 1-2-2-2-2-3-2-3-4 gezwungen. Wir waren die 2-3-3-4-2-3-3-5-3-4-5-4-3. Wir haben gute Musik und wirklich advantage. Wir haben die 2-2-3-4-1. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir sind dann schlussendlich froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Und es war nicht einfach. Und die vergangenen Spiele haben ja gezeigt auch, dass gegen sie schwierig ist zu spielen. Und dass andere auch Probleme hatten, da ein gutes oder einen Sieg zu erreichen. Und das hier, wir jetzt dann an der ersten Platz stehen, mit Differenz. Meine Frage über Abdul-Kadr. Er hat dann ein Defizit bei Abdul-Kadr, ein Nachteil. Immer wenn er dann den Dribbling macht und hat die Chance dann vielleicht Subblick zu haben für seine Kollegen. Aber er guckt immer auf den Boden, auf den Ball. Herr Koller, können Sie dann mit ihm vielleicht über diesen Problem sprechen? Ja, ich glaube. Ich frage die Frage, um die Frage zu Ahmed Abdel-Adr. Ich frage die Frage auf die Fernseher. Wenn er sich nicht auf der Erde beobachten kann, wenn er auf der Erde beobachten kann. Wenn er sich nicht auf der Erde beobachten kann, dann muss er sich nicht auf der Erde beobachten. Und wenn er sich nicht auf der Erde beobachten kann, dann muss er sich nicht auf der Erde beobachten. Er sagt, dass er nicht auf der Erde beobachten kann. Wenn du ein Spiel hast, dann brauchst du auch ein Raum, dann kannst du nicht so viel trainieren oder an Details arbeiten, wie wenn du jede Woche ein Spiel hast. Und noch kurz ein paar, wenn man oben sitzt, dann ist man auch besser. Wenn du ein Spiel hast, dann kannst du einen Raum, dann kannst du einen Raum anziehen. Der Mann hat den Mannschaft die am meisten Chancen kreiert. Es gibt keine Mannschaft, also statistisch gesehen, die in der Meisterschaft so viele Chancen kreiert, aber auf der anderen Seite ist die Mannschaft, die am meisten auch diese Chancen vergibt. Die Ex-G von der Mannschaft ist sehr schlecht, einer der schlechtesten in der Meisterschaft aktuell, nämlich dann Chancen zu Toren umzusetzen oder zu wandern. Das ist der erste Teil der Frage. Ja, ich frage ihn. Ich wiederhole die Frage. Ja, ich frage ihn vor, dass die Menschen, die wissen, nicht, ist das eine der Menschen mit der Mannschaft, derrd der, der in der Mannschaft im Pflicht, die man einen die Pflicht, er hat um die Pflicht. Aber wunst du die Pflicht, die man die Pflicht, die zu verkaufen und um die Pflicht, die die Pflicht, auf die Pflicht und die Pflicht, die zu ent nurse. Und das ist ein bisschen der Punkt. Das heißt, das ist der erste Punkt. Wo waren wir die Wunschung an diesen Schranken? Ich frage deine Frage. Ich frage meine Frage, genau wo die Pflicht. Ich habe die 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 Wir müssen auch etwas machen. Wir müssen etwas machen. Wir müssen machen. Wir müssen das Herr Kölner hat den den en. Er war sehr 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 Sie sagen, es ist eine große Herausforderung. in der rechten Seite und er ist ein Spieler dann mit mehr Defensiv als Offensiv-Fußball. Nach seiner Verletzung, Karim, hast du dann vorne gesehen und nicht hinten. Und dann heute hat man gemerkt, nach der Verletzung von Akram und Mohamed Haini kam auch raus, hast du nicht Husseini Shahed als Rechtsverteidiger spielen lassen, sondern Romy. Also auch einer, der mehr defensive Aufgaben macht als offensiv. Es ist dann immer in der Betracht, wenn du dann neue Spieler verpflichtest in diese Position, dass sie mehr Defensiv dann spielen als Offensiv. Nein, nein, aber es war jetzt in dieser Situation war es so wie führen 2-0 und okay, wir müssen jetzt nicht da noch einen Stürmer nach hinten nehmen. Shahed könnte das spielen, aber das war die Überlegung, okay, auch Kopfvollstärke noch von Romy dazuzunehmen und darum war diese Entscheidung. Das Problem kann abseits von mir sehr viel, wir sind in der Nachricht, für heute , fahre ich an einen zeig den Lagen auch ein bisschen hinzuz. Wajibbe hat die Dfache, besonders in der Tonne, dass er lange ist, dass er in der Dmauk mit dem Magen hat. Er hat er in der Dmauk, besonders in dem Romy belehrt, er hat er in der Dmauk mit dem Magen hat er in der Dmauk. Er hat er in der Dmauk. Er hat er in der Dmauk, und ich bin ein weitergelekt. Ich gratuliere dann für den Sieg. Hast du bis jetzt dann keinen Stürmer gefunden, der dir helfen kann? Im ersten Zeit ist das von Kahrabang. Hast du bis jetzt keinen Stürmer gefunden, der als Stamm Stürmer spielen kann? Die Transferliste hat ja erst angefangen. Die Mercato-Liste. Kahrabang? Kahrabang kann noch nicht spielen. Er ist noch nicht dabei.